ja willkommen zu einem etwas anderen video normalerweise bringe ich ja immer shop videos das wisst ihr ja und das eine oder andere mal stream ich auch dann in den shop rein mitten in der nacht für die leute die man nacht aktiv dabei sind grüße gehen raus heute ist das ein bisschen anders wie wahrscheinlich mitbekommen habt denn ja der shop aktualisiert sich heute nicht denn wir haben 48 stunden timer bekommen das liegt wohl daran dass wir natürlich auch das große event haben dass da aus event am samstag was wir übrigens auch live streamen werden wo wir auch noch mal ein paar minty codes weg geben werden drei stück an der zahl für die leute die bock haben noch mal eine minty zu gewinnen und auch mal ein bisschen mit uns zu zocken und vor allem wenn wir da auch die neue turnier map die wir dann ende des jahres sozusagen nutzen werden um unser großes turnier zu machen die werden wir dann auch rüber bringen sozusagen auf meinen code so dass ihr auch dann üben könnt auf dieser map das machen wir alles live im stream könnt euch dann in ruhe angucken und den code den release war dann auch das heißt also da gibt es auf jeden fall eine menge zu schauen wir werden natürlich auch ein bisschen squads spielen und wir hoffen natürlich auch weil es bisher noch keine große ankündigung gab wie das ganze ablaufen wird morgen dass wir mit 16 leuten sozusagen in so eine art gruppenkeile reinkommen und das event dann zusammen angucken können das heißt also kanal mitglieder von mir die bei mir im stream sind morgen da werden wir irgendwie so eine art liste machen oder sowas die können sich dann einschreiben und die nehmen wir dann mit rein die lade ich dann ein die können wir zusammen sozusagen das event live verfolgen in game falls das denn gehen sollte mit 16 leuten schauen wir mal wie das dann aussieht mit der playliste so viel zu diesem thema weiter geht es natürlich mit dem shop ich mache das video hier nicht ohne grund denn es gibt so die eine oder andere sache die ich gerne zeigen möchte beziehungsweise die eine oder andere vermutung die auf einiges schließen lässt und es gibt ein paar interessante sachen wo ihr was kostenlos bekommen könnte in fort night beziehungsweise bei epic games das heißt also ich würde sagen wir fangen mal direkt an mit den ersten sachen die ich euch gerne zeigen möchte also hier geht es um eine vermeintlich neue version von autumn queen vielleicht die winter queen mammut queen ich weiß nicht genau was das werden soll ich bin mir auch nicht ganz sicher ob es wirklich neue version werden wird es kann natürlich sein es wird natürlich hier so dargestellt manchmal wird es aber auch nur so als replacement genutzt aber sie hat dasselbe gesicht das heißt also die zeichen sprechen dafür dass das eine neue version wird von der autumn queen bin auf jeden fall mal gespannt vielleicht ja schon vielleicht bekommt ihr back bling ja auch noch mal eine neue variante so mit ein bisschen schnee oder so drauf bin ich gespannt also für alle die die geholt haben ja vielleicht wird es eine neue version vielleicht wird es aber auch eine neue skin mal schauen bin auf jeden fall gespannt so und dann geht es weiter mit einem interessanten e-mode wo wir dann auch gleich zu der theorie kommen die viele haben da draußen und zwar zu diesem e-mode hier wir sehen könnt das sozusagen man nutzt die macht um ihn zu erwürgen ihr kennt das wahrscheinlich aus den star wars film von früher zum einen und von den neuen und den e-mode hier der passt natürlich perfekt zu rey aktuell also kommen wir noch mal zurück auf diese ganzen sachen also zum einen soll wohl einer der e-mode die ihr gerade gesehen habt kostenlos sein ich gehe davon aus ich weiß nicht welcher ich gehe davon aus der rei mode ich bin mir aber nicht sicher wie gesagt das soll wohl so sein ich kann mich auch hören wie gesagt das sind noch early stages von den leaks und so weiter man weiß es nicht zu 100 prozent es soll wohl einer kostenlos sein und ja der andere e-mode der lässt so ein bisschen darauf schließen dass wir kylo renn wieder sehen so wie das ganze aussieht könnte auch zu darv vader passen meiner meinung nach aber kylo renn sieht wohl so aus dass man da reinkommen wird da sind sich die meisten eigentlich schon sicher so zu 70 prozent würde ich sagen und da muss man mal schauen wie es dann weitergeht mit den anderen leaks denn es gibt noch irgendwie andere leaks beziehungsweise vermutungen dass eine original trilogie reinkommen wird wir haben ja aktuell im shop so eine art ja ich sag mal dreierpaket was man kaufen kann in einem bundle wo ihr dann ray finn und den trooper bekommen könnt also die rote version sozusagen und da wird jetzt spekuliert dass noch mal ein neues bundle reinkommt deswegen haltet eure wibach zusammen ich weiß es ist natürlich krass weil viele leute da draußen star wars fans und ich habe in den kommentaren schon gelesen dass nicht alle star wars fans sind das natürlich klar aber ich bin zum beispiel ein star wars fan finde aber auch nicht alles was gerade im shop ist so wirklich mega nice ray habe ich mir geholt könnt ihr auch im hintergrund im gameplay sehen und ihre pickaxe dazu das fand ich wirklich nice muss ich ganz ehrlich sagen habe auch noch das ein oder andere geschenkt bekommen da danke noch mal grüße gehen raus an die community seid echt eine ehren community vielen vielen dank oder kom junatai sowie wie ich es ja noch mal repics sagen würde danke noch mal auf jeden fall ja es werden noch mal ein paar star wars skins kommen ich weiß nicht genau wann da ja der shop wie gesagt heute nicht aktualisiert wird aktualisiert wird gehe ich davon aus dass wir morgen ein event sehen ich hatte ja schon mal in meinem video erwähnt in meinem news video dass es so sein wird dass wir ja so ein kleines star wars event sozusagen sehen so einen kleinen film sozusagen so ein ausschnitt und dann wird noch was passieren so viel ist gestern in den game awards auf jeden fall verraten worden das heißt wir werden jeff keeley den 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 gründer sozusagen von den von den game awards sehen live im spiel plus natürlich noch mal jj abrams was richtig krasses also der der jetzt auch den aktuellen star wars film macht also da gibt es eine kurze live ankündigung wahrscheinlich von denen einen kurzen clip und danach soll was in game noch passieren das heißt also dann ist das wohl noch nicht fertig sondern es soll wohl jede menge noch passieren ich bin da übelst gespannt drauf das ist die eine sache das heißt also große star wars event steht vor der türe mit noch mehr skins die wir wahrscheinlich bekommen man darf auch nicht vergessen dass selbst bei dem batman event oder bei dem marvel event dass wir keinen kompletten shop hatten bisher jemals der von einem thema sozusagen besitz genommen hat und das haben wir jetzt bei star wars heißt also disney und epic games haben einen guten deal auf jeden fall am laufen wo es wahrscheinlich um viel geld geht sehr interessant muss ich ganz ehrlich sagen ich bin übelst gespannt also kylo renn wäre für mich noch ein pflichtkauf muss ich ganz ehrlich sagen wenn es denn bei den preisen bleibt von 1500 wie bucks und mal schauen was für eine pickaxe dazukommt laserschwert wäre natürlich übelst nice und wäre das i tüpfelchen obendrauf zu dieser ganzen geschichte mit star wars irgendwie muss man sagen da würde ich mich am meisten darüber freuen sondern so ein lichtschwert wo man vielleicht die farben ändern kann oder das wäre absolut nice und ja man muss mal schauen wie gesagt was jetzt noch passieren wird also wie gesagt ich keine rennen sind sich viele sicher dass er reinkommen wird also haltet darüber wie bucks auf jeden fall zusammen ich denke dass einer der pflichtkäufe zusätzlich zu ray und alles andere ist halt dann so je nach geschmack und die original trilogie die wird auch nur interessant meiner meinung nach werden wenn wir darf wieder sehen werden also so viel zum thema star wars und was morgen alles passieren wird in star wars zusätzlich was ihr nicht vergessen dürft ist wohl ab dem 17 das so dass wir die 14 tage christmas sehen werden das heißt also da werden dann christmas bundles reinkommen bzw weihnachts skins weihnachts bundles neue version ihr habt ja wahrscheinlich schon die ein oder anderen gesehen zum beispiel der elf bekommt den minty die minty version die pein geschaffen hat die wird reinkommen aber wir werden noch andere sachen sehen der nussknacker kommt wieder zurück mit drei neuen styles sozusagen zusätzlich zu seinem normalen style also da wird viel passieren das wird in den 14 tagen auch noch kommen das heißt also jetzt am ende des jahres ich muss es einfach so sagen holy shit wir müssen echt viele wibachs ausgeben ich habe heute schon viele wibachs aufgeladen zum ersten mal wieder seit langer langer zeit denn ich habe die hoffnung dass wir auch ich sag mal andere weihnachts skins sehen die wir bisher noch nicht geleakt gesehen haben also der elf ist zum beispiel für mich zumindest in der minty version auch ein pflichtkauf die standard version feiere ich nicht so aber die minty version würde ich dann eher spielen passen natürlich zur minty axt die auch viele von euch besitzen das heißt also die wird auf jeden fall gekauft alles andere bin ich mir noch nicht sicher ihr dürft auch nicht vergessen es kommt noch dieses neue frost legends paket rein wie auch immer das heißen wird am ende wo wir den frost fisch hier drin haben frost knock ops und wir haben dann kathos da drin mit zwei verschiedenen varianten einmal mit schnee oben drauf einmal ohne der kommt mit einem eingebauten emote und mit einem back bling noch daher mit paula sozusagen auf dem rücken schon interessant muss man sagen ist eine coole erinnerung aber ich bin mir auch nicht sicher ob ich das bundle wirklich kaufen würde das wird nämlich auch für echtgeld dann reinkommen und ja also bei mir ist es so 10 15 euro maximum also alles darüber würde ich auf gar keinen fall bezahlen und selbst dann bin ich mir noch nicht zu 100 prozent sicher ob ich da in irgendeiner weise zuschlagen würde könnt ihr gerne eure meinung in die kommentare schreiben wie ihr zu diesem bundle da steht das auf jeden fall steht an also das wird interessant werden 14 tage christmas mit den ganzen bundles und da sind noch ein paar andere sachen die kommen die epic games betreffen was auch interessant werden wird also das große was uns noch erwarten wird ist was auch gestern bei den game awards sozusagen ja so im hintergrund angekündigt worden ist bei twitter von epic games selber und zwar ab dem 19 dezember wird es so sein dass wir 14 tage lang kostenlose spiele erhalten das heißt also jeden tag kommt ein kostenloses spiel für alle leute die den epic games auf dem pc haben wird richtig interessant werden muss ich sagen zusätzlich zu diesen zwei wochen wir haben ja wie ihr wisst wahrscheinlich alle zwei wochen immer kostenloses spiel das ist ja sowieso immer drin und dann gab es noch eine zusätzliche sache und zwar ist angekündigt worden dass the wolf among us 2 angekündigt worden ist das spiel ich weiß nicht ob ihr das kennt ist von telltale hat jetzt nicht viel mit fortnite zu tun aber mit epic games denn epic games vertreibt das spiel zusätzlich und gibt deswegen die erste version des spiels also die originalversion the wolf among us raus für for free also das heißt also ihr könnt es gerade auch kostenlos im epic games herunterladen sehr sehr interessant also snackt euch auf jeden fall die spiele solange ihr noch könnt sehr sehr interessant muss ich ganz ehrlich sagen feiere ich dass wir so viele neue sachen sehen wenn also wir haben ein großes star wars event was ansteht mit vielen vielen dingen plus wir haben die 14 tage christmas bei epic games wo es kostenlose spiele gibt und die 14 tage christmas auch noch das winterfest sozusagen in fortnite wo wir dann auch jede menge bundles sehen werden und ich hoffe viele viele neue sachen auch sehen werden die wir bisher noch nicht geleakt gesehen haben also jede menge stuff auf jeden fall schreibt gerne mal wie gesagt in die kommentare rein was ihr euch gönnen wird worauf ihr euch am meisten freut ob es jetzt star wars ist ob es jetzt christmas ist was holt ihr euch wie viel wiebex habt ihr bisher schon ausgegeben was habt ihr eingeplant was noch ausgegeben werden muss oder soll und ja eure allgemeine meinung und stimmung mal generell zu dieser ganzen geschichte weil ich muss ganz ehrlich sagen wir haben nicht viel von der story bisher gesehen aber jetzt kommen skins ohne ende das ist richtig crazy muss ich ganz ehrlich sagen ist ein overload an skins auf jeden fall die wir vielleicht auch nie wieder sehen werden darf man nicht vergessen winter und weihnachten die kommt vielleicht jedes jahr eventuell aber star wars skins bin ich mir nicht sicher ob wir die noch mal wieder sehen werden deswegen ja auf jeden fall zuschlagen wenn ihr da irgendwie einen favoriten habt aber wie gesagt lasst gerne eure meinung in die kommentare und bis hierhin wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like da lasst gerne ein sub da wir hören uns dann morgen wieder gewohnt zu einem live stream in der nacht zu dem shop und natürlich auch mit einem video deswegen bringe ich das video jetzt hier ich hoffe euch hat so die kleine info so ein bisschen gefallen zusätzlich und ich würde sagen ich lasse den rest vom gameplay noch ein bisschen laufen mit sound damit ihr noch ein bisschen was habt denn ich glaube das ist ja sogar ein sieg geworden gerade aus dem stream also bis dahin leute wir hören uns tschau tschau siebziger siebziger shielded bekommen down 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 ich hab das zu zweit oder bis natürlich einer noch er hat einen hilf last habe ich keine mats mehr komm geh doch um den bauk weit ist der letzte ja ich hab noch einen flopper nimm den oh gott der arme wie tut der mir leid wo ist er er wollte dich alles gut schön lockt der feld drei zwei eins 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 eins